Musik Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem ganz neuen GTA Online Video. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr schneller leveln könnt. Und zwar wollte ich nochmal zeigen, das ist hier mein geiler Wagen, Z-Tubem, Klassiker. Ich stehe auf jeden Fall auf sowas. Naja, so viel dazu. Also, ihr müsstet ein Rennen bestreiken. Und zwar das Rennen Kriminell Schnell. Und ich werde euch mal auf der Karte zeigen, wo sich dieses Rennen befindet. Und zwar hier neben dem Gefängnis. Im Gebiet Grand Senora Vista. Also es befindet sich im Grand Senora Vista. Das könnt ihr auch sehen. Also wir sind gerade in San Andreas. Und wenn man nach oben dahin geht. Bolingbrokes Strafanstalt. So, also es ist auf der rechten Seite der Map. Können ich euch nochmal zeigen hier. So. Kriminell Schnell. Rang ist Level 1. Also keine Sorge. So, ich bin wieder mal vorgefahren. Und gehe jetzt mal dahin. So, wird hier runtergeladen. Nimmt sein Handy. Und jetzt können wir entweder beitreten oder hosten. Ist völlig egal. Wenn ihr keinen Freund habt. Wenn ihr einfach so spontan beitreten wollt. Dann geht ihr halt auf beitreten. Und wenn ihr hosten wollt. Dann geht ihr einfach auf hosten. So, wenn ihr mit Freunden spielen wollt. Und mit Freunden leben wollt. Dann würde ich euch empfehlen auf hosten zu gehen. Dann könnt ihr auch die Lobby schließen. Und es kann euch keiner nerven. So. Die Einstellungen sind soweit so gut. Außer die Runden machen wir mal auf 2. Man könnte auch theoretisch auf 1 machen. Aber 2 ist immer sicherer. Wegen der RP Zahl. Und man kann also... Wie soll ich euch sagen? Innerhalb einer Minute vielleicht 800 RP. 800 bis 900 RP immer. Also das ist relativ gut. Und das bekommt man eigentlich fast nirgendwo anders. Alter, das ist... Warte, was ist das? Das Rennen dauert 2 Runden. Und die Strecke ist was von 1,2 Kilometern. Das ist vielleicht 1 Minute oder was. Und wenn man so einen geilen Bugatti hat. Und was weiß ich alles hat. Dann ist das Ganze simpel. So. Jetzt gehen wir auf Schnellstart. Mal gucken. Ich zeige alle Strache. Ein paar Schnellrunden. Ja, wir machen Schnellstart. Und Spieler werden eingeladen. So. Da ist schon einer, der beitreten will. Auf den warten wir natürlich. Und dann können wir auch schon direkt loslegen. Komm schon, Tret bei. Komm schon, Tret bei. Wir haben ja bei den Fahrzeugen Supersportwagen gemacht unter Einstellungen. Deswegen könnt ihr einfach euer eigenes Fahrzeug nehmen, was in der Kategorie Supersportwagen ist. Oder ihr könnt auch den Wagen, den euch GTA hier gibt, auch nehmen. Also auch der Asa, beziehungsweise der Bugatti, könnt ihr auch so nehmen. Aber dann ist das halt nicht euer Wagen. Ist auch euch überlassen. Mein Wagen ist Bugatti. Der ist auch noch geil getunt. Und schöne Farbe hat der auch übrigens. In Rot-Gelb. Und ja. Es ist völlig egal, ob man erster oder zweiter ist. Denn es macht nicht viel Unterschied mit den RP-Punkten. Also ihr müsst jetzt nicht um euer Leben hier kämpfen, wer erster ist oder nicht. Spielt einfach dieses Rennen ein paar Mal. So ungefähr 20 Mal. Und dann werdet ihr schon ein gutes Ergebnis bekommen. So. Jetzt haben wir den schon gut weggekickt. Und jetzt sind wir auch erster. Das Ganze geht ja mit meinem Bugatti ganz leicht. So. Neue Runde. Zeit. 31 Sekunden. Und wie ihr schon gesehen habt, wir haben schon ein bisschen RP bekommen. Wir haben zusätzlich hier RP bekommen. Und am Ende bekommen wir nochmal RP. Also ihr müsst aufpassen, wie viel RP ihr hier bekommt. Das steht immer über dieser Karte. Da wo die Rundenzeit und alles bla bla bla. Da steht. So. Und so einfach geht das. Dann driften wir nochmal rein. Somit wäre das Rennen fertig. Und da steht schon, du bist Erster. Die Zeit steht da auch. JP 15. Und das Geld. Natürlich kriegen wir auch Geld dafür. Und 800 RP. Also ihr habt schon gesehen, ich habe fast wieder gelevelt. Alles ganz simpel. Ich würde es euch raten. Und ich hoffe, ihr werdet damit Spaß haben. Man sieht sich. Euer GameLassHelpYou. Das war's für immer broadly. Und... flee. Freddie Aitar